Dieser gebrauchte Renault Clio steht hier zum Verkauf. Die weiße Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 25.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 200 PS an ein 6-Gang-Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Die Linke Central Die Linke Außerdem